Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Sphere-Ersteller-Ein-SIM-Demo. Hier im letzten Part haben wir die gute Ellen Sonnenschein gemacht. Das ist die Schwester von ihnen hier. So. Ah, die nehmen wir einfach. Erik, so. Machen wir mal so. Er ist kreativ. Im Kauf. Wahnsinnig. Oh mein Gott. Und faul. So. So, ich mach mal ein bisschen dicker. Die Haut, die Farbe wollen wir auch anders machen. Machen wir mal grün, oder? Grün. Ist ja der Bruder, ne? Ne, lassen wir mal blau. Tattoos, ja, lassen wir mal so. Ne. Ah, das ist cool. Das lassen wir mal. Mh. Mh. Die Brille machen wir mal weg. Können wir mal die Augen richtig machen hier. Guck da böse. Ist doch cool. Künstler. Und Bart mal ändern. Ja komm, das lassen wir. Das sieht cool aus. Mh. Ja, was? Machen wir hier? Aber was? Oh ja, ist doch was. Das nehmen wir. Das brauchen wir nur noch was passendes. Ja. 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 Hm, Hose. Ja, die Jeans. War gut. Nur die Schuhe waren. Blöde. Auch große Füße, so. Ja, das passt. Ja, das ist doch cool. Komm, wollen wir ihm noch ein bisschen schminken? So. Oh. So. Geht doch. Ki. Gehen wir mal auf Abendkleidung. Honey. Wollt ihr, dass er noch so bleibt? Jo, das sieht schon mal gut aus. Jeans bitte. Jeanshose bitte. Hm. Hier sieht er aus wie ein Rocker. Hehehe. Er kommt, ihn lassen wir so. Das ist cool. Nee. Er will seine Stiefel behalten. Seine Hose auch. Och. Äh, woanders? Hm. Nee. Das sieht nicht so. Ach komm, das ist cool. Das lassen wir. Oh, seine Mütze. Schwarz. Nee, dunkelbraun. Ah. Ach, so lassen wir's. Schlafkleidung. Hm. Machen wir so. Ausgekleidung. Hm. Oh, was Rotes. Was ist das? Hier. Sieht doch cool aus. Das ist besser. Ah, da gibt es auch noch einen anderen Oberteil. Wir schauen mal lieber. Oh, das ist viel besser. In der Schlafkleidung bin ich nicht so zufrieden. Oh ja, das ist cool. Ja, das sieht schon besser aus. Nee, rot-schwarz ist schon besser. Kaninchen, ja? Komm. Hm, Puschis. Aber... Diese Socken. Viel besser. Spörkleidung war ja das. Das Oberteil, das gefällt mir nicht. Oder das mit dem Lama. Hä, passt ja alles nicht. Hm. So. Schon viel besser. Hm. Hat da keine Ohrringe. Ich will die Ohrringe haben. So, da hat er schon mal die Ohrringe. Da hat er keinen. Keine Ohrringe, er braucht aber Ohrringe. So. Da hat er jetzt Ohrringe. Da hat er keine. Ist ja egal. Da hat er auch. Hm, vielleicht das doch ein bisschen ändern. Das ist auch cool. Das steht ihm am besten. Ja, so lassen wir ihn. Dann machen wir... Es kommt jetzt noch eine Folge. Dann nehme ich jetzt zwei Parts am Stück auf. Und dann werde ich sagen, dann beende ich diesen Part. Und wir sehen uns... noch. Ciao, Leute.